Ein kleiner Paule? Ein kleiner Paule wart schon über Futter, wa? Paule und sein Fressen. Ja, da bist du hoch, nicht? So, ich hab wieder was eingekauft. Kleiner Montagseinkauf. Mandarinen, Malzbier, Käsestange, Vanillendessert, Rasierwasser, Erdbeermarmelade, naja, Schweinegulasch aus der Büchse, Weißkohl aus der Büchse. Das ist, wenn ich mal keine Lust habe was zu machen, auf das Schnelle. Würfelzucker und den Briefkasten geleert. So, und Paule? Na, kommst du ja nicht hoch, wa? Bist du zu dick, nicht? Ja, wieder zumachen, wird kalt. Ja, wieder zumachen, wird kalt. Ja, wieder zumachen, wird kalt. Untertitelung des ZDF, 2020